Jawoll, da stehe ich schon wieder. Ja, jubeln sie alle. Das waren noch Zeiten. Das war schon eine schöne Zeit. Oh, da war ich noch jung. 60 München ist ein Traditionsverein. Da werden immer so und so viele Fans und Leute da sein. Wir mussten ja ab und zu das Trainingsgelände schließen, damit wir überhaupt vernünftig trainieren konnten. Da war ja immer was los. 60 war der Arbeiterverein. So haben wir auch Fußball gespielt. Und das wollten die Leute auch sehen. Deswegen war das ja so eine Tradition und auch so eine Begeisterung im Stadion. Da musst du ganz massiver Fan sein, weil es gar nicht anders geht. Da musst du schon was aushalten.